so wie versprochen kommt jetzt der angriff vom v power richtig ordentlich was am start und eine geruschte townhall 10 base auf jeden fall ja truppentechnisch ist natürlich nicht mehr viel da aber ich meine klar die magier nehmen viel die riesen nehmen viel platz ein das kostet alles ein bisschen was ganz klare geschichte okay hast du erstmal geguckt was du wirklich draußen so weg snacken kannst bevor du überhaupt reingehst okay von dort aus wird jetzt noch mal hier so eine art devschild aufgebaut mit den riesen um hier ja sehr geil ich meine das passt natürlich hier sehr cool und hier die helden rauf helden gleich rauf zack 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 ihr wisst ja ach so du wolltest ach so okay ich sorry ich muss dazu sagen ich habe echt nicht auf die liga geschaut klar jetzt macht natürlich sinn hier noch das rad aus weg zu räumen auf jeden fall habe ich voll vergessen einwandfrei dann kommt halt noch der loot bonus beziehungsweise der liga bonus dazu einwandfrei äh du teetoast vollkommen in ordnung wenn man eben eine geile wiederholung hat aber ich glaube eher du hast da richtig übel kassiert alter die peckers hohoho alter verwalter und hier guckt euch das bitte an gebt euch das bitte zack ist die mauer weg und also wirklich bei bei peckers ich habe das wirklich gehabt als die einmal als ihm einmal mit dem jump angegriffen wurde nur eine pecker durchgekommen und zack das dlx lager bam bam war das weg ich denke wie bitte sowas habe ich noch nicht gesehen weil so oft wird man ja auch mit peckers nicht angegriffen und hier seht ihr jetzt ganz genau zack einfach mal weg einfach mal weg also wirklich wenn pecker irgendwie in die mitte der base kommt hat man schon ziemlich schnell verloren ich würde mal sagen er macht das auch beruflich so wie der da durchmetzelt durch deine base da tut natürlich dann auch richtig weh ganz klare geschichte ich meine so viele pokale musstest du glaube ich nicht lassen aber trotzdem tut das natürlich richtig weh jetzt haben wir ja den den großteil gesehen jetzt gehen wir mal hier im speed modus weiter guck mal helden sind auch noch voll da also da ist natürlich dann richtig chaos ja doch immerhin noch 15 pokale sogar noch abgezogen das ist schon ganz schön viel das tut dann schon ganz schön weh da oben auf jeden fall ich sag nur dunkles elixir vom king kong auf jeden fall junge auf jeden fall da wäre ich auch gerne dabei gewesen und schön der inferno leer ich meine gibt natürlich noch mal schön direkt ein beziehungsweise zwei striche weil da ist der nächste einfach mal in der ereignissache sprich ich habe gleich wieder ein paar infernos geplättet und jetzt geht es gleich los oh yeah okay die riesen gehen noch auf dev und jetzt kommen aber hier auch schön die kobe ist rein und wie gesagt rage ich liebe den rage ich hab das wirklich am anfang war das so total unterschätzt von mir wirklich dachte mir ach komm wozu braucht man rage ach braucht kein mensch rage ist mit das geilste überhaupt bei clash of clans alter ich würde mal sagen das war eine schöne loot party er hat es auch sehr gut gebaut oder also so ein kleines bisschen fail war das schon war einwandfreie kiste ja okay klar die queen die macht hier jetzt platt auf jeden fall gegen die hat man dann keine chance nicht in der aufstellung aber ich würde mal sagen das war richtig nice 5k dlx alter ich will das auch auch nicht schlecht ich lasse es wirklich nur schnell durchlaufen weil halt wirklich barge aber dann waren wieder richtig geile dinge dabei ich bin halt wirklich übel überrascht wirklich von den queen walks die wirklich gut ausgeführt wurden klar bei manchen hier und da ein bisschen was glück auf jeden fall aber ansonsten echt richtig gut das ist schon echt eine coole sache das war nichts besonderes das war nichts besonderes das ist ein ganz normaler standard angriff würde ich sagen queen lebt das heißt also dann werdet ihr gleich ich grüße hans entertainment und harry fly ich bin grad echt ich bin grad echt am überlegen ich bin grad echt ich bin grad echt am überlegen die die mauern sind nicht doll aber ich kriege nee nee das reicht nicht das reicht einfach nicht wenn ich denn ein gold lager davon bekomme aber ich war ihr habt es vielleicht in meinen augen so ein bisschen gesehen schaffe ich es schaffe ich das schaffe ich das also das war schon eine knappe kiste also ich hätte das fast gemacht muss wie gesagt dann kriegst du ein gold lager dafür ist die queen dann wieder ein und eine viertel stunde down das ist es mir irgendwo nicht wert ich muss mal gucken ob der lichtlebob nochmal geschrieben hat nee 1,8 ja ist nicht schlecht ist nicht schlecht aber ja wie gesagt man wird ja mit der zeit dann halt wirklich wählerisch und dann will man ja schönes zeug haben 450k aber wenig dunkles 2,3 und den nehmen wir den nehmen wir und wir wollen natürlich hier zum dunklen jetzt wird es es könnte echt eine tricky kiste werden ich hau hier mal gleich ein paar heiler rein und jetzt muss halt wirklich ah mist ah es aber es passiert einem auch auf dem handy das ist jetzt nicht so dass man sagt oh das passiert nur auf bluestacks sondern es passiert einem auch auf dem handy dass das wirklich ja hier perfekt wieder perfekt gemacht der gegner hat einfach mal alles falsch gemacht was er falsch machen konnte weil er halt da sogar noch die teslas reingestellt hat die ja wirklich dann die queen richtig anziehen schade dass die mauerbrecher hier jetzt gleich aufgebrochen haben ja schön da wollen wir dich doch haben einwandfrei ja genau luke feil walker mach erst mal am arsch junge und wie gesagt das ist hier ja da erwische ich mich immer wieder und denke mir so zu einfach zu einfach macht es mir doch nicht so einfach also die also ich glaube auch wirklich die base aufstellung wird es nicht mehr so lange geben bin ich der meinung weil die ist einfach wirklich fürs dunkle total fail also die ist einfach nur total fail und jetzt gucken wir mal ob wir es vielleicht sogar noch hinkriegen ich denke mal die müsste noch genau die müsste sich noch richtig schön reinsetzen und hier gehen wir jetzt da den rage drauf absichtlich so gemacht weil ich weiß dass die heiler das ohne probleme schaffen deswegen brauchte ich jetzt nicht die heiler mir ging es jetzt momentan nur um die gewonnene zeit weil wir wollen natürlich noch mindestens das lager hier knacken und dann gucken wir mal meine frau schreibt gerade gute nacht und macht nicht so lange ja die weiß von meinen nächtlichen exzessen wie ich dann immer gas gebe ordentlich über nacht ist schon echt nicht normal so jetzt haben wir hier 40 prozent und die heiler werden ordentlich gerüstet es ist halt die frage ob man jetzt sagt gut okay man haut hier wirklich noch ich meine wie gesagt gold ist natürlich nicht zu holen aber dass ich wenigstens noch mir meine meine 50 prozent hole weil ich will jetzt nicht gleich wieder ein tausch machen sage ich jetzt mal ein account wechseln von daher ist es nicht weiter schlimm wenn die queen jetzt down geht und dann würde ich halt einfach nicht die minus 26 pokis haben das wäre schon ganz nett ja genau das sollte noch passen einwand frei beendet 2,3k mehr ein bisschen was im lx bereich noch dazugekommen und dann ist das in ordnung das war's von mir ich wünsche euch was ich wünsche euch was und wie gesagt dann drehe ich das so dass ihr ihr werdet es gesehen haben schon bis dann ciao